Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Vor einigen Tagen hatte ich eine Partie von José Raúl Capablanca hier auf dem Kanal gezeigt, zu Ehren seines Geburtstags. In diesem Zuge hatte ich natürlich geguckt, welche schöne Partien hat denn der dritte Weltmeister in seiner Karriere gespielt. Davon gibt es natürlich eine ganze Menge und da mir seine Partien sehr gefallen, denn sie sprühen von einer Klarheit, die man heutzutage gar nicht mehr sieht, weil heutzutage sind die Partien natürlich von den starken Großmeistern sehr durch die starken Computerprogramme beeinflusst. Und damals die Klassiker, aus diesen Partien kann man sehr viel lernen, deswegen schicke ich ein weiteres Video hinterher von Capablanca und zwar eine Partie aus dem Jahr 1927 gegen Rudolf Spielmann. Rudolf Spielmann, auch ein starker Großmeister, dem Posthum der Titel verliehen wurde, deswegen dieses HGM. Da hatten noch einige gefragt, was heißt eigentlich dieses HGM? Das ist, wenn der Titel Posthum verliehen wird. Spielmann ist auch bekannt für sein bekanntes Werk Hier, Richtig Opfern heißt das, glaube ich. Ein Taktikbuch. Jetzt gehen wir mal in diese Partie rein, nach der kleinen Einführung. Capablanca beginnt hier mit D4. Die Partie wurde gespielt in New York, International Masters. D4, D5, Springer F3, E6. C4, das Damengambit. Springer D7. Springer D7 ist von der Zugfolge her ungewöhnlich hier. Normalerweise spielt man hier Springer F6 zuerst, aber häufig ist es Zukunftstellung. Springer D7, Springer C3, Springer GF6, Läufer G5. Wichtig, ich habe das bestimmt schon häufig auf diesem Kanal gesagt. Im Damengambit ist es wichtig, diesen Läufer, das wird meistens so gespielt, dass dieser Läufer vor die Bauernkette entwickelt wird und danach spielt weiß E3. Hier gibt es verschiedene Züge für Schwarz. Läufer E7 ist der klassische Zug. Hier spielt der Spielmann Läufer B4, die Ragotzenverteidigung. C schlicht D5, E schlicht D5. Hier wird meistens E3 gespielt. Der Zug sieht logisch aus, um den Läufer zu entwickeln. Stattdessen spielt hier Capablanca aber Dame A4. Dieser Zug kommt immer in Betracht, wenn ein Läufer auf B4 steht, insbesondere in diesem Fall, weil kein Springer mehr auf B8 steht. Der Springer steht auf D7 und kann nicht mehr mit Springer C6 den Läufer decken. Naja, es gibt eine Variante in der Ragotzenverteidigung, wo das gespielt wird häufig. Deswegen kam mir das jetzt in den Sinn. Ja, der Läufer ist angegriffen. Was soll Schwarz machen? Man könnte hier C5 spielen, denke ich. Das ist ein vernünftiger Zug. Spielmann spielt aber Läufer schlicht C3, trennt er sich vom Läufer sofort. B schlicht C3. Kann man auch spielen, ist auch völlig okay. Es ging hier weiter mit kurzer Ruhade. Schwarz bringt den König in Sicherheit. E3 bereitet die Entwicklung des Läufers vor. C5 attackiert das Zentrum. Läufer D3. Weiß entwickelt den Läufer. Spielmann entschloss sich jetzt sofort C4 zu spielen, den Läufer anzugreifen. Ich bin nicht so überzeugt von dieser Spielweise. Der Grund ist, weil nach Läufer C2 Weiß die Möglichkeit klare Angriffsziele bekommt im Verlauf der nächsten Züge. Nämlich, er bekommt einen klaren Plan, hier mit E4 diese Angriffsmarke hier zu attackieren und dieses Gerüst hier zu unterminieren, weil die Dame auch diesen Bauern attackiert. Was könnte man hier noch machen? Aus meiner Sicht könnte man hier auch H6 machen, Läufer H4 und hier etwas überraschend Dame E8. Dort steht die Dame ein bisschen komisch. Aber das Wichtige ist, diese Fesselung hier ist unangenehm. Mit Dame E8 wird man diese Fesselung los und kann hier Springer E4 spielen. Im nächsten Zug. Das ist eine der Ideen. Okay, gehen wir zurück zu C4. Läufer C2, Dame E7, kurze Ruchade. König in Sicherheit bringen, nicht vergessen. Ganz wichtige Regel zu Beginn einer Partie. A6. Idee offensichtlich B5 hier. Hier denke ich, hätte Schwarz eher sowas wie H6 spielen sollen. Diesen Läufer endlich hier attackieren. Läufer H4 und hier G5. Sehr interessant. Läufer H4 und dann Springer E4. Greift den Bauern auf C3 an und liebäugelt mit F5 und F4 hier angreifen. Prinzipiell denke ich, dass Weiß hier nach dem Schlagen des Springers etwas besser stehen sollte. Aber zumindest geht hier Schwarz aggressiv zu Werke und stellt dem Gegner auch Probleme. So klar ist die Stellung nicht. Nach A6 denke ich, hat Weiß einfach Vorteil. Das ist zu langsam am Damenflügel. Hier kommt Turm FE1. Ganz einfacher Plan von Capablanca. Einfach im Zentrum spielen. Der Vorstoß E4 hier. Hier ist eine Angriffsmarke auf D5. Ich wiederhole immer wieder das Wort Angriffsmarke. Für die, die den Begriff noch nicht gehört haben, denen empfehle ich mein Video die goldenen Mittelspielregeln. Dort erläutere ich diesen Begriff sehr ausführlich und zeige auch Beispiele, wie man gegen Angriffsmarken spielt und was Angriffsmarken bedeuten. Hier spielt der Spielmann Dame E6. Geht aus der Fesselung raus. Wir können momentan noch nicht E4 spielen mit Weiß, weil Schwarz hat eine gute Kontrolle über dieses Feld. Und deswegen spielt der Capablanca hier Springer D2. Einfacher, klarer Plan. Weiß möchte unbedingt E4 spielen. Sehr, sehr sinnvoll. B5. Greift die Dame an. Dame A5. Die Dame steht zwar hier am Rand, aber sie fesselt den Bauern A6. Außerdem hat sie auch jederzeit hier eine Rückzugsfahrt. Und jetzt haben wir zwei Angriffsmarken hiermit. Die wir attackieren können. Diese Angriffsmarke und diese Angriffsmarke. Und zwar mit diesem Vorstoß und mit diesem Vorstoß. Das heißt, Weiß hat hier ganz klare Pläne zur Hand, mit denen er agieren kann. Schwarz spielt natürlich auch nicht mal die besten Züge. Er macht einige Ungenauigkeiten. Und deswegen entsteht hier dieses Ungleichgewicht. Und deswegen ist es auch so instruktiv, solche Partien nachzuspielen. Solche Klassiker. Weil man ganz klar erkennen kann, was sehr, sehr, sehr starke Spieler gegen nicht ganz so starke Spieler machen. Wobei Spielmann, wie gesagt, das war schon ein starker Spiel. Aber Capablanca war nochmal, der war damals Weltmeister, 1927. Da ist nochmal ein Unterschied halt zu erkennen. Schwarz spielte hier Springer e4. Auch kein guter Zug. Oder eine Ungenauigkeit. Besser wäre es gewesen, Läufer b7 zu spielen. Und wie gesagt, hier hat Weiß zwei simple Pläne. Entweder er spielt a4 oder er spielt f3, gefolgt von e4. Läufer b7 kontrolliert halt das Feld e4 für Schwarz momentan. Deswegen ist f3 hier ein starker Zug mit der Idee e4, um im Zentrum vorzustoßen. Spielmann spielte Springer e4. So, der Springer ist hier stark, greift den Läufer an. Deswegen tauscht den Weiß mit seinem Springer. Springer schlägt e4, d schlägt e4. So, zumindest hat Schwarz hier das Feld unter Kontrolle bekommen. e4 kann Weiß gerade nicht spielen. Aber wir haben ja die andere Angriffsmarke. Und Weiß spielt hier, ratet mal, h4. Ja, natürlich, greift hier den Bauern an. Natürlich könnte Schwarz jetzt hier nehmen. Das Problem ist aber, wenn er hier nimmt, dann ist es fast schon egal, wie Weiß wieder nimmt. So oder mit dem Turm, denke ich, geht auch. Läufer schlägt a4. Und hier hat Schwarz super viele schwache Bauern. Ja, also der hier, machen wir den mal gelb, weil es geht nach f5. Und diese Bauern sind nicht so leicht zu verteidigen auf Dauer. Weiß verfügt hier einfach über die bessere Struktur, über das starke Läuferpaar in der offenen Stellung. Aktive Figuren steht deutlich besser. Was macht er hier Spielmann? Er spielt hier... Moment, ich zeige euch erstmal den Zug, den man hätte machen sollen. Turm b8 sollte man hier ziehen, um die Struktur versuchen, intakt zu halten. Es könnte weitergehen mit Läufer f4, Turm b6, Turm eb1. Und Weiß macht enormen Druck auf diesen Bauern b5. Schwarz kann gerade noch so Materialverlust verhindern mit Dame c6, ist aber natürlich total in die Defensive gedrängt. Spielmann dagegen versucht das Ganze taktisch zu lösen. Er spielte hier Dame d5. Und jetzt seid ihr dran. Mal ein bisschen rechnen, Video pausieren, rechnen, was hat Capablanca hier gespielt. Und das ist auch immer sehr, sehr logisch, wenn es positionell eindeutig in eine Richtung läuft während einer Partie und hier auch gerade mal 17 Züge gespielt, dann kommt die Taktik hinzu. Das bedeutet, dass irgendwann, wenn der strategische Vorteil so groß ist, dann spielt auch die Taktik mit, sagt man. Und es ist taktisch was möglich. Der Läufer ist zwar angegriffen auf g5, aber Capablanca war natürlich nicht nur ein strategisch sehr starker Spieler, sondern er hat natürlich auch sehr gut gerechnet. Das geht natürlich einher, Hand in Hand. Er spielte hier a schlicht b5. Er nahm den Bauern. Der Bauer auf a6 ist gefesselt. So, Spielmann muss jetzt den Läufer nehmen, ansonsten hat er einfach Material weniger. Es geht weiter mit Läufer schlicht e4, da hängt noch ein Bauer mit Tempo. Der Turm ist angegriffen. Der Turm hat nur zwei Felder. Wenn der Turm nach a7 geht, dann kommt b6 sehr stark. Die Dame auf g5 ist angegriffen und der Turm. Schwarz muss die Dame nehmen. Und hier nimmt weiß nicht die Dame, sondern den Turm. Und schwupsi wups, der Bauer läuft einfach durch. Das kann Schwarz auch nicht verändern, zumal auch seine Dame angegriffen ist hier. Hier gewinnt weiß einfach Material. In der Partie kam Turm b8. Hier ging es weiter jetzt mit b schlicht a6. Und weiß steht komplett auf Gewinn. Er hat drei Bauern für die Figur. Plus der Bauer ist extrem stark auf der a-Linie. Und die Dame wird auch noch angegriffen hier auf g5. Es ging weiter mit Turm b5. Dame c7. Springer b6. a7. Wir sehen, dieser Bauer hier ist nicht mehr aufzuhalten. Eigentlich. Der Spielmann versucht hier noch ein bisschen. Er fischt im Trüben. Läufer h3. Es droht aber gar nichts, weil der Läufer, der Weiße hier, der deckt auch das Feld g2. Dieser Läufer auf e4 ist halt bombenstark. Turm eb1. Sehr starker Zug von Capablanca. Er greift hier den Turm an. Droht den Turm zu nehmen und dann den Läufer. Beziehungsweise. Ja. Genau. Oder. Ja. Schwarz nahm jetzt hier raus. Turm schlägt b1. Turm schlägt b1. Der Springer ist angegriffen zweimal. Schwarz spielt hier noch f5. Das ist aber jetzt Verzweiflung, was Spielmann macht. Greift hier den Läufer an. Das funktioniert natürlich nur, wenn Weiß jetzt hier sich einen taktischen Fehler erlaubt. Der Läufer geht zurück. Beziehungsweise Capablanca zieht den Läufer zurück. Vernünftig. Und hier gibt es eigentlich keine Rettung mehr. Versucht nur ein bisschen was mit f4. Eine der Ideen ist, hier zu schlagen und dann eventuell auf f3 zu schlagen, um hier matt zu setzen. Aber das Problem ist, das dauert natürlich sowieso viel zu lange. Eine Alternative wäre aus menschlicher Sicht hier Springer a8, finde ich. Um das Umwandlungsfeld. Also der Springer war ja angegriffen zweimal. Deswegen Springer a8. Aber hier wird schwarz-matt gesetzt. Läufer d5 Schach. König a8. Und hier Turm b8 sehr stark. Das hätte Capablanca auch gesehen, weil das ist nicht besonders schwierig. Wegen der Grundreihen-Problematik. Und hier wird schwarz forciert matt gesetzt. Das bestätigt auch Herr Stockfisch. So, Läufer f3, f4. Tja, letzter Versuch. Aber Capablanca bleibt ganz ruhig. Nimmt den Bauern einfach weg. Und hier gab Spielmann auf. Nach gerade mal 26 Zügen. Warum gab er auf? Ja, was soll er machen? Der Springer ist angegriffen. Die Dame ist angegriffen. Turm f4 ist ein logischer Versuch. Hier aber denke ich, was gewinnt hier? Hier gewinnt a8 Dame, glaube ich einfach. Schach. Springer schlägt a8. Turm b8 Schach. Turm f8. Und hier wird es matt. Dame schlägt c4 Schach. Ja. König a8. Turm schlägt f8. Schach matt. Genau. Also hier ging absolut gar nichts mehr in der Stellung. Und deswegen völlig zu Recht, das Spielmann aufgab. Ja, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne, eine sehr klare Partie, ein sehr klarer Sieg. Wo deutlich wird der Unterschied, wenn eine Seite ein paar Ungenauigkeiten macht. Und dann ein starker Spieler wie Capablanca, Weltmeister, dritter Weltmeister der Schachgeschichte, den Gegner dafür bestraft, für diese Ungenauigkeiten. Also ich kann euch nur ermuntern, spielt die Klassiker nach. Ja, also insbesondere Capablanca, denke ich, ist ein sehr, sehr guter Startpunkt für so eine Vorgehensweise. Weil die Partien sind so klar, der hat so logische Schach gespielt und hinzu kommt jetzt auch sehr, sehr gut gerechnet. Ja, ihr erinnert euch an meine erste Partie, die ich gezeigt habe auf dem Kanal vor ein paar Tagen, gegen Frank James Marshall. Marshall attackiert mit dem Marshall-Angriff in der spanischen Partie. Und Capablanca wird alles ab, mit superpräzisem Rechnen und gewinnt diese Partie wirklich auf tolle Art und Weise. Ich bin, glaube ich, ein Fan von Capablanca, muss ich sagen. Und ich werde jetzt nach und nach immer mal wieder eine Partie von ihm hier zeigen auf dem Kanal, weil das wirklich einfach tolle, klare Partien sind. Auch für mich zum Analysieren, im Vergleich zu heutigen Partien, wo wirklich alles so engine-gesteuert ist und man häufig gar nicht weiß, was machen die da eigentlich, so unter der Karlsson und Co. Alles klar, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen und gerne einen Kommentar hinterlassen. Wollt ihr weitere Partien von Capablanca sehen? Klassiker, gefallen sie euch? Vielen Dank fürs Zuschauen. Klassiker, gefallen sie euch.